Ich werde Geld bezahlen hier und dann geht es los. Information sammeln. Und dann geht es los nach Grapefruit, äh Grape Seed, sehr lustig, immer dasselbe Witz. Der Witz wird immer besser, wenn ich ihn wiederhole in jedem Stream. Und tatsächlich das Waffendraht da gewisse Dinge ausblenden konnte. Braucht ihr da eine Waffenwerkstatt oder irgendetwas im MOC oder war das in der Agency? Es war vorher im MOC glaube ich. So, noch ist es nicht so weit. Pink Diamond ist noch kein Thema, ich muss jetzt hier noch schauen. Ja, aber wenn ich weiß, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Der handelt mich hier immer wie ein kleines Kind, als wenn ich nicht wüsste, was ich tue. Hier hat es mal Gras. Und hier oben wohl Bargeld, wie das aussieht. Also nichts interessantes auf dieser Seite. Interessant ist Kokain und allenfalls zum Auffüllen Gras. Also so wie ich das jetzt beim letzten Heist da gemacht habe. Kokain und mit Gras dann auffüllen. Komm, mach mich fertig, alles Gras hier. Aber es kann wirklich sein, dass das extra Loot nichts besonderes ist, wenn das Hauptloot der Pink Diamond ist. Das ist sehr gut möglich. Aber ich fahre da jetzt mal die wichtigsten Punkte ab. Die wichtigsten Punkte, um da Zusatzbeute zu unschaffen. Was ich schon lange nicht mehr mache, ist da diese Schatzkisten jagen, weil das rentiert sich nicht. Also es liegt hier irgendwo eine gleich offen rum, dann nehme ich sie mit. Defang. Am besten. Untertitelung des ZDF, 2020 Gras. Sehr viel Gras heute. Bargeld, um Gottes Willen. Bargeld, um Gottes Willen. Bargeld, um Gottes Willen. War nicht elegant, aber hat geklappt. Bargeld. 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 Schauen wir jetzt einen Pink Tanen oder nicht? So jetzt, das wird spannend... Ja, nichts Pink Diamond. Wäre ja zu schön gewesen, Pink Diamond, aber hier haben wir noch ein Bild. So, jetzt gibt es noch einen Ort, wo noch Loot sein kann, also wenn ich anschaue beim Nord-Dog, beim Haupt-Dog oder wie das heisst, Nord-Dog waren wir ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, da keinen rosa-roten Diamanten, aber ist halt nicht jedes Mal. Gehen wir zum Haupt-Dog rüber und schauen dort noch die Beute an. . . . Amen. Nö. Auch hier nichts besonderes. So geht das nicht. Aber er ist zurückgefahren. So. Hier könnte ich einmal, zweimal, dreimal Weed holen. Könnte ich tun. Oder hier könnte ich zweimal Weed und mit Geld auffüllen. Ne, ist ja nicht klar. Ich gehe zum Flughafen und hole hier einmal, zweimal und dann hier dreimal Weed. Das rendiert sich mehr, als das Gemälde mitzunehmen. Gemälde wären nur günstiger wegen der Zeit eventuell, aber es sollte reichen damit. Das kann ich mir ja noch überlegen. Ich gemälde und... Ja, mit dem Weed ist das Problem, ich kann nicht exakt die Hälfte der Tasche füllen. Ja, mit dem Weed. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020